Das könnte man gut sehen. Ja, da sehe ich das. Leipzig hat sogar ein bisschen... Da sehe ich, ja. Man kann ja sehen, also wir können hier ein Rassi-Termin rein gucken. Ja, ja. Wo sie geworden sind, die leben deswegen hier bei Industrieber. Die sind mit Tepfen. Aber den bauen wir vielleicht noch mal um, oder? Ich denke mal... Waren Sie damals Weihnachten mit dabei? Nein. Und dazu brauchen wir junge Leute, die bereits in Ausbildungsverträge zu unterschreiben und entsprechend auch dafür sorgen, dass der Pflichtbetrieb hier voll weiter geht. Wir haben auch junge Damen. Kommen wir alle mit nach vorne hier, die Damen aus dem Betriebshaus. Hier sind übrigens, kann man dazu sagen, ich habe mir das gerade sagen lassen, in ganz Deutschland und auch innerhalb des Konzerns, gibt es nur hier einen Skobau, Damen, die die Schichten voll mit durchziehen. Ja, also, die sich also hier voll im Schichtbetrieb mit integriert sehen, beziehungsweise die steuernden Elemente sind. Ja, wie überall, die Frauen, ja, fängt ja bei der Kanzlerin an und geht bis nach Brüssel in die Europäische Union. Ja, das ist also in den westdeutschen Kraftwerken völlig unüblich. Wie nennt sich das, die Schiene da, also die man dann runter nimmt, also wenn man dann so rüber zieht. Trennschalter. Trennschalter, ja. Also, wenn man das macht und hat dann die ganzen Beschäftigten dort, die das ganze Leben dort verbracht haben, von der Ausbildung mit allem drum und dran, das ist schon ein Moment, den möchte man nicht zu häufig haben im Leben. Und deswegen sollten wir den so weit wie möglich auch rausschieben hier, damit wir auch die Alternativen für die Beschäftigten haben. Denn da war es so, ist nur ein kleiner Teil aufgefangen worden. Die meisten sind im Voruruhestand oder erstmal die Arbeitslosigkeit, wenn auch frankiert eine Zeit lang gegangen. Und das muss man schon sagen, das war schon ein Drama. Wie viele waren damals in Forkerode beschäftigt? Das waren ja... Ja, also... Ja, das kam 2000 oder sagen wir da. 2000 Leute. Wie viele sind wir jetzt hier im Kraftwerk? Ja, 150. Ja, okay. Also wir hatten da alleine in Forkerode bestimmt das vom Fahrrad. Hat die EBA noch eine Botschaft? Nein, wir freuen uns, dass sie hier sind. Wir freuen uns alle, dass wir hier sind, genau. Und dass es immer noch am Netz ist. Genau. Dass es immer noch am Netz bleibt. Und ansonsten ist Kodestrom wie jeder Strom. Besteht aus Elektronen, die fließen. Haben also keine Farbe, sondern sind entweder da oder nicht da. Wenn sie nicht da sind, ist es kalt. Und das kommen wir alle nicht weiter. Gut, dann Dankeschön. Und ich fahre noch mal ein Statement. Grüßen Sie die Schicht-Kollegen. Schönen Dank für die Einladung.